Ja, Leute, hier hieß der Full of Games mit dem... Lebe! Es ist schon wieder, hallo! Ja, Mensch, heute sehen wir uns aber echt ziemlich oft. Ja, ja, das stimmt. Ja, und wir sind wieder bei einem Pokémon Sonnen-Mond-Wi-Fi-Kampf dabei. Oder, ja, lokal, keine Ahnung. Und er hat den Alola-Baum dabei. Oh ja, ich hab a lowland Executor, den Gott Jesus, und du hast Beparell. Ich hab Beparell. In der Tat, das ist korrekt. Wurde Beparell irgendwie gebufft, oder ist es... Hast du da einfach nur wegen Meme dabei? Nein, 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 das war schon... Oh, der Gott, das ist ein Hard-Counter. Okay, aber egal. Das wird schon passen. So, los geht's. Okay, ich weiß, dass Mantain gebufft wurde. Ja. Ich liege mit... Ähm... Mimikyu? Mimikyu. Dann nehmen wir Mimikyu. Ich hab keine Ahnung, was das Ding kann, aber ich will es gleich rausfinden. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich weiß nämlich nicht, wie seine Ability funktioniert. Wenn seine Ability so funktioniert, wie ich glaube, dass sie funktioniert, wäre das cool. Den ersten Move tankst du garantiert, glaube ich. Ja, ja, eben. Glaube ich nämlich auch. Was ist, wenn du hinter einem Sub bist? Es ist ja, glaube ich, quasi ein Sub. Ja, genau. Also, wir werden es gleich rausfinden. Ja. Donarion. Vikavolt. Warte, heißt das nicht Vikavolt? Wie ist das Vikavolt? Warte, die vorhanden, glaube ich, ist Vikavolt. Irgendwas heißt Vikavolt. Ja, kann nicht. Können wir mal nicht mal schreiben. Ich muss gerade gucken, was mache ich jetzt? Ähm, warte, das ist... Oh ja, das ist das eine, nicht der Play. So, was machst du? Ich tolke Shadow Claw. Okay. Dunkelklaue. Mal gucken. Dunkelklaue. Macht ja nichts. Das macht nacht. Das macht nachts. T-Bowl. Ich kann sprechen. Oh mein Gott, das funktioniert wirklich so. Ja, es ist einfach ein Sub. Kante absorbiert. Bam. Einfach weg war es. Es hat sich den Nacken gebrochen. Oh. Okay, was machst du jetzt? Äh, ich drück Abgangspunkt. Ich möchte wissen, wie das funktioniert. Ich weiß es nämlich, um ehrlich zu sein. Ähm, wenn du das mehrmals hintereinander jetzt einsetzt, dann schlägt es vielleicht irgendwann fehl. Ah, okay. Wir drücken jetzt den Donnerblitz. Vikavolt mit 145. Ich hoffe, dass du das ausknockst. Yes. Oder auch nicht. Das heißt, wir können sehen, wie es jetzt gleich fehlschlägt. Was machst du? Okay, okay. Ich drück nochmal Abgangspunkt. Ich möchte wissen, ob das wirklich fehlschlagen kann. Okay. Und? Es ist fehlgesch... Die hat er nicht rausgefunden direkt. Raus. Raus, geht Vikavolt. Keine von Vollswitch-Szenen mittlerweile cool aus, finde ich. Ja, für mich... Ja, ja, das ist ziemlich cool. Für mich heißt es Vikavolt. Okay, gegen was sollst du kämpfen? Geben wir den mal... Nehmen wir mal Caputoro. Das ist... Nasenring. Äh, Fehlpflanze, ne? Ja, Fehlpflanze. Ja, okay. Mr. Nasenring. Dann geh bitte in Silvalli. Okay, Silvalli. Heißt das Silvalli? Ja, das heißt Silvalli. Ja, das heißt Silvalli. Okay. Was machen wir denn da? Okay. Hab, was machst du? Oh, ich hab mir schon wieder vergessen, deine Pokémon aufzusch... Das ist egal. Ähm, klick mal auf Kampf. Mal schauen, welche Attacke ich kann. Ähm... Explosion. Ich drück... Ich drück Schwertanz. Okay. Gibt keine Fix. Kraftkloss. Als ob du Kraftkloss hast. Auf dem Pflanzenfeen vorgemacht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Siehst du dich? Nein. Doch. Du bist mein dummer Sack. Das ist aber nicht viel Speed, oder? Nee, das hat... Das hat, glaube ich, 95 oder so. Okay. Was geht's hier jetzt? Oh, und ich sehe die Vs sind falsch verteilt. Ich hab Max HP, Max Teletag. Ah, gut. Ja, ich hab mich gewundert, weil du maler sagst, sollst du eigentlich schneller sein. Ja, ich hab mich auch gewundert. Ähm, okay. Ähm... Ähm... Beware... Nee, nee, Mini-Ware. Möchte Mini-Ware. Du möchtest... Bist du dir sicher? Okay. Äh, ja, weil ich sollte jetzt einen Hit von dir tanken. Okay, dann machen wir das. Hoffe ich. Ich werde sehen, ob ich einen Hit tank. Ich muss gerade gucken, was ich für ein Set habe. Okay, mal gucken. Also, der hat eigentlich gar nicht mehr so schlechte Death. Also, ja, was machst du? Ja, ja, ich drück Hausbruch. Oh, fuck. Tatsächlich. Let's go. Wenn ich nämlich einen Hit von dir lebe, du solltest schneller sein, und dann Hausbruch drück, könnte ich sweepen, wenn ich Glück habe. Ja, das gilt nicht. Jetzt geh sie kaputt. Ja, jetzt geh ich kaputt. Wait, warte mal. Hä? Vielleicht erst am Ende der Runde? Hä? Unter 50%? Vielleicht erst, wenn ich ankele? Äh... Gute Frage. Wir werden es gleich hier rausfinden. Ah! Ja. Am Ende der Runde. Bam! Da ist er. Limitschilf wurde aufgehoben. Okay. So, was machst du? Ähm, ich drücke Gyro Ball. Warte mal, was? Mhm. Wirklich? Mit dem Speedwert, ja. Du weißt, dass Gyro Ball mehr Damage macht, wenn du langsam bist. Oh! Ich bin dumm. So nett. Gut, dass ich es dir gesagt habe, ne? Ich dachte, das wäre das mit Fearspeed. Ne, das heißt Elektroball, ne? Ja, das heißt Elektroball, ne? Oh mein Gott, ich bin dumm. Der Pokémon-Experte. Der Pokémon-Experte. Zum Glück weiß ich, wie Pokémon funktioniert. Ja. Aber ich habe ein Pokémon, was ganz sicher tankt. Alles kein Problem. Let's fucking go. BDF us! Das hat Unowher, ne? Das auch. Vielleicht. Was machst du? Äh, ich drücke Explosion. Okay. Fucking go. Aber was anderes hat Wasserdüse. Oh, okay. Hat es meinen, diese Gen... Also, ich weiß nicht. Es hat auf jeden Fall einen Move, den ich auf dem Setup dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob Wasserdüse gehört auch dazu zum Move sehen, das neu bekommen hat. Deswegen habe ich es überhaupt dabei. Was machst du? Okay, Executor, it's time to turn up. Aim on. Oh Gott. It's time to turn up. Game on. Go white cats. Warum habe ich meinen LV-Käfer gesackt? Das ist eine gute Frage. Okay. Ähm. Houston? Warte. Houston, ich habe... Hm. So, was machst du? Ich drücke Sludge Wave. Du hast Sludge Wave. Natürlich. Ja, 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 natürlich. Natürlich, natürlich. Lebe ich es mit in einem guten Place. Wende ich in meine Pflanze. Fee wechsel. Natürlich. So was von Predicted. Ah, Mist. Danke für die HP jede Runde übrigens. Für die was? Mit Grasfeld kriege ich jede Runde HP. Dankeschön dafür. Oh, Kacke. Nein. Okay, warte, wo ist mein Konto? Wie man den Lowland Executor nicht mal sieht. Das ist einfach nicht im Bild. Ja. Fuegro ist hier. Fuegro. Komm her, 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 komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Was machst du? Ich greffe an und ich drücke Draco. Okay. Du nimmst mich nicht raus, weil das ist eine Nude, oder? Die Animation. So ein Biest. Warte, warte, warte. Das hat ja Harvest. Von Citrus Berry. Oh, Kacke. Kriege ich es aufgefüllt? Nee, schade. Nein. Nyeeeu. Nyeeeu. Bam. Uegro. Was? Uegro. Yes. 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 Wie war denn das? Zwei. Isoop. Fuegro. Oh mein Gott. Ja, ich hab die Citrus Berry wenigstens wieder. Also, ich hab keinen Bulk auf dem Ding. Oh mein Gott, ich bin so happy. Okay, ich wechsel aus auf jeden Fall. In was? In was tankt es am besten? Ähm, was brauch ich noch? Äh, geh in UI, das brauch ich am wenigsten. Beware, es ist zu cool, um gesackt zu werden. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ja, ja, aber beware, es ist zu cool, um gesackt zu werden. Deswegen wissen wir übrigens, der Pflanzenstarter ist besser als der Feuerstarter. Aaaaaaah! Bam! Der Feuerstarter ist besser als der Feuerstarter. Das hast du gut erkannt. Äh, hab ich das gesagt? Ja, das hab ich gesagt. Ups. Ups. Ich hab Litten gewählt, okay? Ich bin Team Litten. Das hab ich nicht gesagt. Okay, warte, ich merke kurz, was ich mache. Und dann kannst du wieder einen Kram machen. Du, ich hab... Was machst du? Was hattest du noch für Pokémon? Ich hab den Geist Kampf. Ah ja, äh, nee, ich geh Beware. Beware ist cool, Beware ist Gott. Okay, gut. Liebe Beware. Ich liebe das Pokémon, was ich jetzt rausstieg. Das ist auch mein zweites neues Lieblings Pokémon. Oh mein Gott, neben Tabukoko. Das Ding ist so cool. Ich liebe Marshadow. 125 Speed, 125 Attack. Mhm. Geist Kampf, was machst du? Das ist ziemlich stark. Ähm, ich drück auf Kampf, auf jeden Fall. Und drück... Mh... Ich drück... Hm. Ich... Fels... Grab? Okay. Ich denke, der einen Speed wert, wenn ich überlebe. Na, Kampf! Ich kann überleben, weil ich hab die Ability, die mir höhere... Okay, nein. Oh, Crit. Es war ein Crit. Okay, ich weiß nicht, ob ich den überlebt hätte, weil ich hab diese Ability, die mir höhere Depperleife von Fufu, wie das Ding aus dem 6. heißt. Hat das das? Ja, ja. WHAAAT? Das heißt, ich könnte das getankt haben. Ich bin mir nicht sicher. Das kann wirklich gut möglich sein. Warte, wirklich? Hat der wirklich diese Fähigkeit? Ja, der hat Fluffy. Okay, das... Also könnte der gemetert haben, aber ich weiß es nicht. Okay, das tut so. Ähm, ich drück Psy-Shock. Okay, und ich drück den einzig richtigen Move. Und zwar Diebes-Shotten, den Signature-Move. Hallo! Ich weiß es bis ganz nach oben geht. Der hat dem Kopf Hallo gesagt. Machado ist so toll. Auf Wiedersehen. Gut. Ich glaub ja, dass Machado echt stark wird, auch im Audio. Ja, auf jeden Fall. Das ist 125 Speed, 125 Attack mit Kampfgeist. Genau, mit Kampf vor allem. So ein schnelles Kampf-Pokémon ist echt böse. Vor allem halt mit Geist, da hast du halt nichts, was das eigentlich resistet. Ja. Was hast du... Ja, okay, außer... Nee. Nee, du hast keine... Kein Pokémon, was resistet. Normal Geist gibt's ja noch nicht. Ja, das ist halt irgendwie Jesus, das Pokémon. Okay. Levis, ich möchte den nächsten Kampf machen. Deswegen, liebe Zuschauer, wir sehen uns im nächsten Kampf wieder. Bis zum nächsten Kampf. Tschüss. Levis ist komisch. Rettet mich. Okay. Auf Wiedersehen. Ciao.